Danke! So, Frage. Wer von euch hat den Mut, oder ja, wer von uns, da nehme ich mich gar nicht aus, hat auch mal den Mut, Nein zu sagen? Ein Nein! Liebe Freunde, das braucht viel mehr Mut als ein Ja. Und ich glaube, es ist Zeit, Zeit, dass wir mal aufstehen. Denn wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es für uns, für unsere Umwelt, für unsere Kinder bald zu spät sein. Jetzt kommt ein neuer Song. Herrschaftszeiten! Weil die Tücher draus sind ja legal, das macht ihm gar nichts aus. Und ganz wohlhaft, das bringen sie sich grad um. Doch auch stark schert er sich nicht drum. Denn seine Lieblingshemden kommt nicht mehr. Wer mit Trieb, warum, warum, wie, oder es hilft ihm schwer. Und was wichtig ist, ist egal. Ja, Herrschaftszeiten! Wo kommen wir denn da hin? Wenn alle nur den Kopf in den Saun stecken. Ja, Herrschaftszeiten! Jetzt schaut doch mal hin, statt dass wir nur ein Jahr und nach dem Sehen. Hey, Mann, Zeit zum Aufstehen! Bevor wir alle vor die Hunde gehen. Ja, Herrschaftszeiten! Wo kommen wir denn da hin? Sie würde lieber mit dem Gleichschirm gehen, als wir was Gutes auf der Straße stehen. Schließt ihr die Augen und ist gerne blind. Schatz sich nicht drum, was wird aus ihrem Kind. Und stirbt der letzte Baum im Lied bald. Ist ganz egal, und ihr Herz bleibt kalt. Denn was richtig ist, ist egal. Ja, Herrschaftszeiten! Wo kommen wir denn da hin? Wenn alle nur den Kopf in den Saun stecken. Ja, Herrschaftszeiten! Jetzt schaut doch mal hin, statt dass wir nur ein Jahr und nach dem Sehen. Hey, Mann, Zeit zum Aufstehen! Bevor wir alle vor die Hunde gehen. Ja, Herrschaftszeiten! Wo kommen wir denn da hin? Ja, herrschaut sein, wo traur man ihn dahin, wenn man ihn nur den Kopf in den Sonnen steckt. Ja, herrschaut sein, jetzt samt uns mal hin, statt dass man nur jungen Abend singt. Hey Mann, seid zum Aufstehen, bevor wir alle vor die Hunde gehen. Ja, herrschaut sein, wo traur man ihn dahin. Oh, 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 oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh